Alle mit den Finger hoch, wie die Leute überhaupt im Impop, sei tot! Wo ist die Reader-Cypher in Deutschland? Lauter, wer hat die geilste Crowd in Deutschland? Ladies and Gentlemen, willkommen bei Rapper Mittwoch. Wir grüßen euch alle, die gerade im Livestream dabei sind. Und das Gremium müssen wir jetzt erstmal auf die Bühne holen. Machen wir einen Lärm für das heutige Gremium für Sinek, Mike Fiction und Mortis! Halt die Fresse, für mich bist du kein Gegner. Ich will nicht deine Mutter ficken, weil du hast zwei Väter. Ich will gewinnen, Digger, ja, ich werde Hoyt King. Du bist kleiner als Frodo Beutlin. Macht mal richtig Lärm für Z! Machen wir Lärm für Davy Jones! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Ey, das ist Amsterdam, Ganja, Blunt gegen abgefuckten Standardtasch. Das ist Boa Davy, der ist lang, das hat aber Spaß gemacht. Gegen Ali, was zum Teufel soll das sein? Was machst du denn da? Ey, das ist einfach! Nenn mich die Letzett, weil ich diesen Faker rasiere. Ich war so oft bei deiner Mutter. Ich hab schon WLAN bei dir. Und dann wieder. Bis zum nächsten Mal.